bald auch wieder live auf twitch mittwoch abends und heute haben wir die kunst des nichts tuns im dating ja was damit gemeint also ist jetzt so ein bisschen heute mal keine e-mail ist so ein bisschen ein thema ist ein bisschen schwierig ist also das ist ja auch in meinen spiel kursen drin und so dieses wenn man zu sehr in diesem such modus ist dann also ich will jetzt unbedingt einen partner für den partner haben oder auch in einer beziehung ich darf auf gar keinen fall die beziehung verlieren oder auch im dating ich will auf jeden fall dieses date klar machen ist man energetisch in seinem weib des das nicht bekommens so weil man ist ja in diesem mangel und mangel zieht wiederum mangel an und führt dann hoffe ich dazu dass man eben gerade das anzieht was man befürchtet das kann natürlich sagen spiritualität geht mir am arsch vorbei legt mich am arsch mit spiritualität wunderbar nur psychologisch kommt man da auf die gleichen sachen aber es kommen ja die katzen hier psychologisch kommt man auf die gleichen sachen weil wenn ich jetzt auf dem date sitze und sagt die ganze zeit bist die geilste bist die tollste oder du bist der geilste lass uns sofort die nächsten 70 states ausmachen wie hilfreich ist das wie hilfreich ist das in den für den dating prozess ich fürchte mal häufig nicht so besonders hilfreich und das gleiche beziehung auch wenn ich in so einem riesen verlustangst ding drin bin und versuche den anderen wirklich krampfhaft festzuhalten ja dann induziere ich womöglich bindungsangst in dem anderen und wenn ich niemanden habe auch also dieses wenn ich so gesagt was überhaupt keine kritik ist jetzt aber so aber wenn ich so ganz verzweifelt suche auf online dating börsen habe ich früher auch mal gemacht teilweise ja was kommt dabei raus gar nichts so jetzt ist es natürlich die kunst des nichts tuns heißt natürlich nicht könnte es theoretisch heißen aber ich würde es jetzt auch nicht so sehr sehen so ich hätte sie einfach nach hause macht gar nichts und erwarte dass der postbote mich der hätte das wäre vielleicht ein bisschen zu extrem aber diesen diese feine linie zu finden von hey ich bin ich mache mich offen für andere ich mache mich offen dafür wieder eine beziehung zu gehen ich arbeite auch meine bindungsangst themen auf ganz wichtig weil manchmal stellt man sich da selber am bein deswegen gibt ja auch einen neuen kurs von mir fällt mir gerade einmal dabei der kurs passive bindungsangst kommt anfang februar raus ist jetzt schon zum frühbuchpreis erhältlich findet ihr auf und dass ihr also ja also das geklärt habt ja ich stehe mir nicht selber am weg und dann so vertrauen hat dass wir auch wiederum diese ganze manifestationsgeschichte so ein vertrauen hat dass das schon kommen wird ich sage ja immer diese dieses beispiel von schon schwanger sein mit irgendwas also wenn du schwanger bist freust du dich schon aufs baby obwohl es ja noch nicht da ist klar du siehst den dicken bauch das macht es natürlich ein bisschen einfacher aber so ist das eigentlich auch wenn du single bist und jetzt gerne in eine beziehung kommen dass du dich jetzt schon in so eine schwingung begibst als wenn du es quasi schon hättest und oder es jederzeit eintritt und du dich jetzt schon so doll darauf freust weil du weißt dass wir sowieso kommen und dann hast du sozusagen die schwingung des findens und nicht mehr diese des suchens aber das ist echt eine kunst also so also eigentlich ist es glaube ich auf eine art total simpel wie mit allen großen sachen aber genauso wie meditieren auch ist ganz simpel ist dann doch schwierig und das gleiche ist natürlich damit auch aber es tatsächlich glaube ich oft besser wenig zu tun nicht zu tun zu meditieren nice geiles leben und wirklich an seiner schwingung zu arbeiten an dieser finde schwingung als immer krampfhafter zu suchen und hat jetzt auch letztlich mit online dating real life dating eigentlich gar nichts zu tun also du kannst auch im offener partnerbörse angemeldet sein und völlig kernentspannt sein oder du kannst auch völlig verzweifelt offline suchen ich glaube schon dass online das noch mehr anträgert dieses diese verzweiflung aber ja also ich glaube egal ob du date ist optionelle beziehung bis ob du suchst ist tatsächlich diese dieses immer mal wieder nichts zu und einfach laufen lassen sich reinfallen lassen ins leben nicht so diesen ängsten so nachgeben mit dieser unsicherheit die beziehung immer mit sich bringen die zu umarmen einfach zu sagen es gehört zum leben dazu das ist das ist glaube ich wirklich echt eine große kunst an der wir alle fallen dürfen wäre zumindest meine empfehlung in diesem sinne wir sehen uns bald wieder